Hallo, willkommen bei... Da, ja! Yo, wer am letzten Sinne in der Höhle habe ich vergessen, logischerweise den Timer zu stellen. Und dann haben wir das wie Setzplay etwas zu kurz gemacht. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Dann, hier, ich habe sechs Silberbachen gefahren, fünf Eisenbachen, halt die Fresse, acht Tin-Bar, sieben Lied-Bar und elf Kupfer-Bachen. Was wird so von mir? Du machst keine Kette, die Esel. Einige, die große Kette sind, aber bei einem anderen Pett, waren die kleiner. Ja, ja. So, komm, so kleinere, also wir wollten, wie schon am letzten Letztlich gesagt, hier haben wir uns gegräbt. Hier, weil wir uns hier zwischen uns reingraben und dann die ganze Zeit so runter, unter der Welt durchs Sagen. Und dann, mit der Miene wird, glaube ich, erstmal, ja, war es. Irgendwo in den letzten letzten Part, ja. Nein, also das kommt später, weil, wir möchten es weiterkunden. Das war die Kespaar, das durchs Leben das durchsichtete. Das kommt nicht. Naja, das kam nicht. weil wir also wir machen so viel ist wie zwischendurch Terraria machen wir zu generell aber den Rest zum Beispiel ich mache jetzt auch Prozent des E-Panier Online Videos und Kevin levelt sich auch gerade hoch weil seine Account wurde gehackt er wird sich hoch was wir noch machen ja ja die jetzt sind er levelt sich hoch mit seinem Account und wenn er dann auch ein Kästchen hat und so wie zu sagen und der Gäste zu drei Pfeiler weitergebrachte bei den bei der Europäischen Union dass er wieder im Haus fast wieder ab wie vor zehn tausend in der Welt er meint das Leben ab da wer kennt ihr die zwischen diesen zwei sie müssen und kamen und sehen diese Uhr anfügen wieder ja gut und sie müssen etwas gegen Zombies machen ja gut wir müssen etwas gegen die Zombies machen was soll ich mal was bauen er hatte schon ein bisschen reingehen ich bin kurz was Kuhar aber scheiß ist es ist leicht zu ziehen mit dem Geld pass auf scheiße umzusetzen Ja komm lass uns gut zusammen Ich hab doch gesagt, pass auf!